Dänemark ist nicht Ihr Freund. Für uns dienen sie nur einem Zweck. Die ganze dänischen Westküste von den deutschen Landbienen zu befreien, die sie so vor hierher gebracht haben. Seid ihr Soldaten? Zwischen den schwarzen Pfähnchen und dem Feldweg liegen 45.000 Minen. Ihr wird hier einen schaffen. Wenn ihr das erlegt habt, könnt ihr nach Hause gehen. Willst du etwas sagen? Nein, Herr Feldwebel. Meinst du? Nein, Herr Feldwebel. Es sind alle Idioten. Es sind ein Haufen von deutschen Vollidioten. Ich habe eine. Ich habe eine. Kiste. Stop! De små drenge, Ippe. Oh Gott, du schweig, mir sind wir doch! De små drenge, der råber på deres mor, når de bliver bange. Lad få sprung narmerbenen af. Det tysts godt, Carl. Og wenn ich mehr über de drenge, så sküller ich dem in von ihnen. Forstår du das? Egal, ich... Ja. Ernst, komm bitte. Kom her. Ernst, komm bitte. Ich habe das Gefühl, dass die kleinen Freundin aufgebracht hat, Ebbe. Ich habe keine Ahnung, oder? Nein. Ich glaube, wenn man alt genug ist, ist man auch alt genug zu gehen. Du! Ich habe das gemacht. Oder das mit uns. Wiederholen, es ist fast vorbei. Es ist fast vorbei. Ich komme wieder nach Hause. Ich komme wieder nach Hause.